Jo, was geht meine Selivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Heute gibt es mal ein Rocket Voltic Rennen. Und ich kann euch eins sagen, ich hasse den Rocket Voltic. Es ist ein Custom Map, also eine Custom Map, um ein Deutsch das auch wieder zu wünschen übrig. Ähm, ja, es ist eine Custom Map, heute wieder ohne Facecam, weil ich das immer noch nicht auf die Reihe bekommen habe. Mein Scheiß Licht zu reparieren hier im Wohnzimmer. Das muss ich jetzt echt endlich mal machen. Weil ich streame ja hauptsächlich mit, gut, eine Birne leuchtet ja noch und meine rote LED Licht. Und es geht mir langsam echt so auf die Nerven. So. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf das Rennen. Weil es ist ja, es ist echt so, dass ich den Rocket Voltic gar nicht mag. Es gibt nichts Schlimmeres als den Rocket Voltic Auto. So, ein War Ride. Warte mal, die Map kommt mir doch irgendwoher bekannt vor. Hä? Die Map kommt mir echt bekannt vor. Sollte ich die schon mal aufgenommen haben, tut es mir auf jeden Fall leid. Dann tut mir das echt leid. Ich bin nämlich jetzt einfach mal random dazugejoint. Also in die, in das Rennen, in den Job. Äh! Boah! Was rammst du mich da auch weg? So, jetzt haben wir, haben wir es geschafft. Oh, hammergeil. Und wieder zurück, oder? Ja. Jetzt geht es wieder back. Und zack. Oh Gott. Natürlich kommen mir die Map bekannt vor. Entweder habe ich sie aufgenommen gehabt. Oder ich habe sie mal in einem Stream gespielt. Ihr könnt mir ja gerne mal weiterhelfen. Soll ich die echt schon mal aufgenommen haben? Es tut mir so unendlich leid, ehrlich. Wir sind hier drei Leute. Ja, drei Leute sind wir. Ich bin Zweiter. Okay, für das, dass ich Rocket Voltic hasse, bin ich froh, dass ich nicht auf dem letzten Platz bin. Und das meine ich... meine ich ernst. Ich bin so froh, dass ich nicht auf dem letzten Platz bin. Und zack. Geh da rein. Ah. Da konnten wir uns gerade noch so retten. So, zwei Runden hat der ganze... Spaß. Fuck. Puh. Ich bin aber immer noch Dritter, äh Zweiter. Ist schon mal gut. Was ist denn mit dem Auto los? Ja, ja. So, jetzt haben wir es perfekt. Weiter geht's. Runde zwei von zwei. Hammer geil. Ähm, ja, 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 ja. Jetzt kommt der, der Wallride. Scheiße. Alter, scheiße. Ich mein so, der Runa 2000, der ist geil, mit dem fahre ich gerne. Aber wenn ich ehrlich sein soll, fahre ich auch lieber mit dem Rocket Voltic, als mit dem Aqua Blazer, ne? So. Diesmal nicht uns gegenseitig schrampeln. Aber so an sich, die Map ist geil. Die hat was. Wollt ihr, dass ich vielleicht öfters mal so, ähm, ähm, wie heißt es, äh, Custom Special Vehicle Maps spiele? Oder soll ich auch mal wieder ganz normale andere Rennen fahren? So Oldschool Wallride und so weiter. Das wäre doch auch mal wieder was. Na, könnt ihr, äh, mal in die Comments schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr sehen wollt. Ob hier so Special Vehicle, äh, Races. Oder, ähm, doch lieber Oldschool. Oder ganz normale Stunt Races. Ich bin da echt offen für alles. Ihr könnt mir auch gerne Jobs zusenden auf Facebook oder, ähm, ähm, wie heißt es, Twitter. Und, äh, ihr findet auch auf meinem Kanal so eine E-Mail-Adresse. Die ist leider unter geschäftliche Anfragen gespeichert. Dort könnt ihr natürlich auch, ähm, 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 Rennen zukommen lassen. Oh, da hab ich Glück gehabt. Ihr könnt auch gerne, äh, Rennen, äh, posten, die ihr selber erstellt habt. Sehr gerne. Und damit haben wir das Rennen auch als Zweiter beendet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ne, dann wisst ihr Bescheid. Ich fände die Strecke so an sich recht cool. Das Auto hat mir nicht gepasst. Ich hasse den Rocket Voltic bis zum Gehtnichtmehr. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wisst ihr Bescheid. Und ich hoffe auch, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In dem Sinne sage ich dann, macht's gut. Haut's rein. Ciao, ciao.